Michael, und das ist alles wegen deiner Lachgasgeschichte, Entschuldigung, Lachgasbild. Diese Lachgasvorbild, oder wie sagt man, Vorbildfunktion, die du hier am Bike hast. Wer ist denn das, sage ich? Ja, ja, das ist der Sohn von Mr. Bean, aber leider ist es nicht. Er heißt Michael Engelmann aus München und geht bei der einen Sendung raus, ja genau, der ist das. Er geht von einer Sendung raus, von XY, dann geht er rein zu Alexander Hohl, dann geht er raus zu Sturm der Liebe, dann geht er rein zu K11. Also, und hier siehst du deinen Freund Michael, falls du es mal siehst, wie heißt der nochmal, Tao Tremi, ja, Mr. Flirt Theater und Wing Chun und Kung Fu und Kung Fu Company. Und, ja, was macht er denn nicht? Ich weiß es nicht. Doch, wie bitte? Keine, aber das macht er, ne? One Move macht er. Aber das macht er doch sehr gut. Und vielen Dank auch an TV Radio WK, an Entertainment Live. Mal schauen, was die Fußgängerzonen so sagen, wenn die TV von Löwe-Bildschirme einfach so rumstehen und dann die Clowns ohne Lachgas unterwegs sind. Film bei galakom.tv Film bei galakom.tv Film bei galakom.tv Film bei galakom.tv Vielen Dank.